Warum lieben alle Mädchen Schokolade über alles? Hier zehn gute Gründe mit weil und den. Achtung! Achten Sie besonders auf die Stellung des Verbs. Mädchen mögen Schokolade, denn Schokolade macht glücklich. Mädchen naschen gerne Schokolade, weil Schokolade sich beruhigend auf den Geist auswirkt. Mädchen essen Schokolade am liebsten, denn sie uns tonisiert und Kräfte gibt. Schokolade lieben Mädchen einfach abgöttisch, weil das feine, zart schmelzende Aroma der Schokolade unwiderstehlich ist. Bei Schokolade werden Frauen schwach, denn allein die wunderschöne Verpackung der Schokoladentafel lädt schon zum Kaufen ein. Der Geschmack der Schokolade ist für Mädchen ein Genuss, weil jedes Stückchen angenehm und nicht zu schnell auf der Zunge zergeht. Schokolade essen macht den Mädchen Spaß, denn die Tafeln knacken so schön, wenn man ein Stück abbricht. Auch die Mädchen, die auf ihre Figur und Ernährung achten, lieben Schokolade, weil Schokolade auch gesund sein kann. Schokolade lässt das Herz jedes Mädchens höher schlagen, denn es ist oft ein Geschenk von einer Person, die man liebt. Fast alle Mädchen lieben Schokolade über alles, weil Schokolade einfach die leckerste aller Belohnungen ist. Schokolade ist ein Geschenk von Schokolade. Schokolade ist ein Geschenk von Schokolade. 10 Juni Vorsitz